Hallo und herzlich willkommen bei Aktionär TV bei der Chefsache. Ja, der Titel des Anlegermagazin der Aktionär, die letzten beiden Titel, die lesen sich in den letzten zwei Wochen wie ein Krimi oder besser wie die neuen Stirb langsam Filme. Letzte Woche der Angriff auf den DAX und diese Woche und dann wird es blutig, das sagt zumindest Dr. Doom Mark Faber. Bei mir ist Martin Weiß vom Anlegermagazin der Aktionär, der stellvertretende Chefredakteur. Und dann wird es blutig. Das ist diese Woche das Thema. Letzte Woche war es der Angriff auf den DAX. Wollten Sie da die Anleger etwas wachrütteln? Nein, man könnte tatsächlich zu der Überzeugung gelangen, dass wir den Leuten draußen Angst machen wollen. Aber nichts liegt uns ferner. Wir haben uns mit Mark Faber unterhalten, längere Zeit. Und es ist nun mal seine Meinung, dass die Märkte Korrekturpotenzial besitzen. Es geht aber nicht wie in der Vorwoche jetzt ausschließlich um die Krim-Krise, auch nicht vorwiegend um die Krim-Krise, sondern es geht insgesamt um die Gefahren, die ja durch das viele billige Geld, das momentan im Markt ist, aufkommen sieht. Und das ist eigentlich der Hintergrund für die Story. Und er ist letztendlich auch der Überzeugung, es wird zu einer Korrektur kommen. Er weiß zwar noch nicht, ob in drei Tagen oder drei Jahren, aber gut, mit der Zukunft ist das ja so eine Sache. Und er sagt, wenn es soweit ist, dann wird die Finanzkrise von 2007 sich dagegen doch eher als gemütliches Beisammensein herausstellen, weil er glaubt, dann wird es richtig blutig. Genau, er sagt ja, beim Platzen der nächsten Finanzblase, da wird der Knall ordentlich laut. Und lauter noch als bei der letzten. Warum? Ja, die Gründe sind bekannt. Es ist ja nicht nur Mark Faber, der die Politik der Notenbanken, der amerikanischen Notenbank, der europäischen Zentralbank, scharf kritisiert, der sagt, Ben Benenke war mit seinem Kurs aus seiner Sicht nahe des Wahnsinns, weil er so viel Kapital in den Markt gepumpt hat. Und das ist natürlich richtig, wenn Sie sich beispielsweise die Volkswirtschaften in Europa anschauen, Deutschland, uns geht es eigentlich gut, die Wirtschaft wächst robust und vor diesem Hintergrund ist es eigentlich nicht zu verantworten, die Zinsen auf diesem niedrigen Niveau zu halten. Für die Amerikaner gilt prinzipiell nach seiner Einschätzung das Gleiche. Es wird viel zu lange eigentlich schon billiges Kapital in den Markt reingepumpt, ohne dass man die tatsächlichen Probleme in Angriff nimmt. Es wird alles nur in die Zukunft letztendlich verschoben. Und irgendwann wird das dazu führen, dass alles in einem großen Knall zusammenstürzt. Aber ich sage ja, mit der Zukunft ist das so eine Sache. Man weiß nicht, ist es in drei Tagen soweit, in drei Jahren soweit, in fünf Jahren soweit. Irgendwann behält natürlich auch jeder Recht. Aber das Interview mit Marc Faber ist absolut interessant zu lesen, weil er sich auch sehr viele Gedanken macht, die den Anlegern meistens eben nicht so kommen. Er gibt ja auch konkrete Anlageempfehlungen. Er sagt, es muss momentan nicht in den Industrienationen investiert werden. Die Bewertungen sind schon gut gelaufen im Dow, aber auch im DAX. Man könnte beispielsweise auf die Emerging Markets, also auf die Schwellenländer ausweichen. Indien beispielsweise ist seiner Meinung nach ein gutes Pflaster, um Kapital zu investieren, weil nach der Parlamentswahl dort, nachdem eine unternehmensfreundliche Regierung an die Macht kommt, geht er davon aus, dass die Wachstumsraten sich verstärken werden, dass das Ganze dynamisch nach oben ziehen wird und dass die Anleger dort auf jeden Fall besser aufgehoben sind als in Deutschland oder auch in Amerika. Denn er hat nicht ganz Unrecht. Wir befinden uns in einem Bullenmarkt, der mittlerweile seit fünf Jahren anhält. Und selbst wenn wir 20 Prozent verlieren sollten, wäre das eigentlich noch kein großes Problem, wenn Sie sich die langfristigen Trends anschauen. Aber man könnte, man muss das ja nicht unbedingt mitmachen, diese Abwärtsbewegung, sondern kann rechtzeitig einen Teil seines Kapitals, wie gesagt, in Schwellenländer investieren. Oder auch Gold. Er findet ja Gold zum Beispiel sehr gut. Genau. Er sagt, Gold und auch die Goldminen sind interessant. Da gibt es auch ein Comeback der Todgesagten. Auf wen geht er da ein? Nun, für ihn ist es natürlich ganz klar der Goldpreis an sich. Es ist aber auch Barrick Gold als Vertreter, als Großer und vielleicht auch der bekannteste Vertreter des Goldsektors. Gold hat in der vergangenen Woche eine sehr interessante Entwicklung genommen. Es wurde ein wichtiger Widerstand rausgenommen bei 1360 Dollar die Unze. Das war natürlich vor dem Hintergrund der Krim-Krise. Das Votum, also das Referendum, das am Wochenende stattgefunden hat zum Anschluss der Krim an Russland. Und im Vorlauf dieses Referendums haben die Anleger damit begonnen, Kapital umzuschichten, weil sie sich unsicher waren. Was würde passieren? Was würde herauskommen? Wird letztendlich das Knallen zwischen den Russen und den Ukrainern oder zwischen den Russen und dem Westen, der das ganze Vorgehen ja scharf kritisiert? Und vor dem Hintergrund hat sich Gold sehr ordentlich entwickelt. Die Goldminenaktien natürlich ebenfalls. Die laufen dann in der Regel bei solchen Szenarien gut mit und das hat sich auch schon bereits gelohnt. Goldminen sind aber doch gerade bei den Anlegern auch mit höherem Risiko verbunden. Das ist natürlich prinzipiell richtig. Aber in den vergangenen Monaten sind ja auch viele der Minenbetreiber, haben sich der Realität nun mal angepasst. Sie haben die Kosten gesenkt und sind jetzt natürlich ganz gut gerüstet für einen Aufschwung des Goldpreises. Und wenn der anzieht, dann, das zeigt einfach die Erfahrung, dann gehen die Goldminenwerte natürlich mit. Und die Goldminenaktien sind in dem Fall fast wie ein Hebel auf den Goldpreis, weil sie sich schneller und stärker entwickeln als der Goldpreis an sich. Wenn wir jetzt aber mal schauen, Dr. Marc Faber ist schon eine Marke für sich, kann man sagen. Und natürlich haben die Anleger auch ein bisschen Angst. Wir waren jetzt letzte Woche schon unterhalb von der 9000er Marke. Aber Dr. Marc Faber hatte ja auch schon mit einigen Voraussagen Recht gehabt, zum Beispiel 1987. Sollte man da vielleicht doch nicht ein bisschen mehr die Augen auf solche Crash-Propheten legen? Ja, das Problem ist das Timing. Also, dass sie natürlich irgendwann recht behalten, dass die Kritik, die er äußert gegenüber dem Finanzsystem, absolut gerechtfertigt ist. Das steht außer Frage. Das ist unbestritten. Nur das Timing ist ein Problem. Und wenn Sie auf Marc Faber gehört hätten in den letzten 12, 24 Monaten, dann hätten Sie natürlich auch enorme Kursgewinne, die Ihnen entgangen wären, weil Sie vielleicht gar nicht in den Markt eingestiegen wären. Oder schlechter noch, Sie wären in Goldminen eingestiegen oder in den Goldpreis eingestiegen und hätten zusehen müssen, wie sich Ihr Kapital immer weiter verringert, währenddem mit Blutschips wie irgendwelchen DAX-Aktien oder Daueraktien es ordentlich nach oben gegangen wäre. Also, das Timing ist sicherlich ein Problem. Vom Ansatz her hat er sicherlich recht. Auch mit der Aussage, die er da oben trifft, sehr schön im Bild, Social-Media-Aktien sind teuer. Auch damit hat er natürlich recht. Aber, um es auch hier wieder ganz klar zu sagen, er hätte in den vergangenen Monaten damit falsch, oder er hat damit falsch gelegen. Eine Aktie von Facebook beispielsweise, die natürlich mit fundamentalen Bewertungsmaßstäben noch schwer zu greifen ist, hat sich hervorragend entwickelt. Als alle sagten, so, jetzt langsam haben wir die Spitze erreicht bei 55, 58 Dollar, da wurde nochmal der Turbo gezündet. Mittlerweile steht das Papier bei 70 Dollar. Und das Ganze entgeht einem natürlich. Und man sollte sich also nicht so sehr, so negativ dann auch beeinflussen lassen, sondern man sollte das alles nur im Hinterkopf behalten. Dass, wenn es mal runter geht, dass es erstens sehr schnell gehen kann und dass es sehr tief gehen kann. Weil dann eben diese Szenarien eintreten können, die Mark Faber hier auch anspricht. Aber er gibt ja auch Auswege, also um Gottes Willen. Auswege und Stichwort Pessimismus. Die Frage, die fand ich ganz besonders interessant bei dem Interview, ist es nicht schwierig? Weil man muss ja sagen, Dr. Mark Faber ist eine Type für sich. Und ja, nicht so der klassische Börsenmensch, dieser, ja, ganz Akkurate. Und die Frage war, ist es nicht schwierig, so pessimistisch durchs Leben zu gehen? Und da sagt Dr. Mark Faber, naja, er hat eben auch Leidenschaften und da gehören eben auch Sachen zu, ja, die ein bisschen, wie soll ich sagen, Klischees erfüllen. Ja, natürlich. Ich meine, der Mann ist 63 Jahre alt, er trägt weiterhin einen Pferdeschwanz. Er kommt zu Interviews auch ganz gerne mal im T-Shirt. Er feiert gerne, das gibt er auch gerne offen zu, dass er hin und wieder mal ein Bier oder auch mehrere Bier trinkt. Und dass er auch Wein mag und ansonsten auch so das Leben in rechtvollen Zügen genießt. Aber das macht ihn ja aus, das macht ihn auch sympathisch. Er ist nicht geleckt, er ist nicht, er ist keiner von der Stange, er ist nicht austauschbar, sondern er ist wirklich einer, der sich Gedanken darüber macht, der das Ganze auch noch mit einer gewissen Authentizität, für mich jedenfalls, verbindet. Und das macht ihn eigentlich doch sehr sympathisch. Alle Details über Dr. Mark Faber kann man dann im neuen Aktionär lesen. Schauen wir mal, gründlich versalzen heißt es hier bei K plus S. K plus S hat ja prinzipiell schon ein recht schwieriges Jahr hinter sich. Aber trotzdem sagen Sie jetzt, K plus S sollte auf jeden Fall eines zweiten Blickes gewürdigt werden. Warum? Nun, es war natürlich mit der Vorlage der letzten Zahlen, ging es für die Aktie wieder nach unten. Es ist aber eigentlich nichts Neues dabei rausgekommen. Außer, dass der Konzern jetzt die Dividende zusammengestrichen hat, weil das eben deutlicher unter Druck geraten ist. Aber längerfristig muss man sagen, dass sich K plus S recht ordentlich aufgestellt hat. Es wird investiert in das neue Werk in Kanada, wo ja die Produktion anlaufen soll. Und vor dem Hintergrund ist das schon ein sehr interessanter Wert momentan, den man auf dem niedrigeren Niveau auch wieder einsammeln sollte. Also die Anleger sollten sich nicht von diesen kurzfristigen Schwankungen Angst machen lassen, beeindrucken lassen, sondern sollten darin dann tatsächlich eher eine Chance sehen, in den Wert noch mal billiger reinzukommen. Weil wir glauben, dass langfristig der Konzern so gut aufgestellt ist, dass er von den Kostensenkungsmaßnahmen tatsächlich auch profitieren sollte. Und dann wird der Kurs von ganz alleine steigen. Aber bevor wir es verpassen, wir sollten uns noch mal die IPOs anschauen. Die schauen wir uns natürlich an. Also bei K plus S sagen Sie aber trotzdem etwas Geduld beweisen. Und dann sollte man auch da auf Nummer sicher gehen. Und sollte man auf jeden Fall profitieren. Wunderbar. Sie haben es angesprochen, letztes Jahr gab es ja schon einige Börsengänge. Und auch jetzt in diesem Jahr 2014 steht einiges an. Für den Anleger ist es natürlich erstmal Neuland. Man weiß nicht genau, wo soll man wirklich ansetzen und wo notieren die Unternehmen dann? Was erwartet uns denn jetzt 2014? Also es erwarten uns eine ganze Reihe von neuen Unternehmen. Was mich nicht wirklich verwundert, weil wir hatten im vergangenen Jahr den Börsengang, den erfolgreichen von Twitter, wir hatten 2012 Facebook, die an die Börse gekommen sind. Wir haben uns jetzt mal die Unternehmen angeschaut, die in der Pipeline sind, von denen wir in etwa glauben, dass sie in den nächsten drei oder sechs oder bis zum Ende des Jahres dann an die Börse kommen sollten. Und sehr interessant in dem Zusammenhang ist Alibaba Group, eines der größten chinesischen Internetunternehmen. Die verbinden verschiedene Handelsplattformen, E-Commerce-Handelsplattformen, sind aber auch stark bei Internetbezahlsystemen und bauen jetzt gerade den Cloud-Bereich und Big Data-Bereich auf. Was am Wochenende passiert ist, Alibaba hat letztendlich die Maßnahmen ergriffen, um auch auf den Börsengang einzuleiten. Das war in dem Text, das war zu Redaktionsschluss, da hat das noch nicht stattgefunden. Jetzt wird die Sache natürlich spannend, weil es heißt, es könnte schon bis Ende April zu einem Börsengang kommen. Überraschenderweise nicht in Hongkong, also der Heimatbörse von Alibaba, sondern in New York. Das hat strategische Gründe, sein sehr cleverer Schlachtzug von Firmengründer Jack Ma. Und wir haben bereits in der vergangenen Ausgabe beleuchtet, wie sich Alibaba in etwa entwickeln können. Aber das Wichtigste ist eigentlich, Yahoo ist zu 24 Prozent aller Alibaba Group beteiligt. Lange war es so, dass man, das war alles etwas vage mit den Börsengängen. Und der Wert des Unternehmens wird ja auf 120 bis 180 Milliarden Dollar geschätzt. Und der Anteil, der dann auf Yahoo entfällt, ist natürlich enorm. Jetzt durch die Börsenpläne, in dem das alles akut wird, könnte natürlich Yahoo wieder in den Fokus der Anleger geraten. Und das sollten sich die Anleger auf jeden Fall anschauen. Ganz genau. Ich sage schon mal Dankeschön, Martin Weiß. Und alles über die nächsten IPOs Alibaba und Yahoo können Sie natürlich nachlesen im Aktionär. Und der kommt am Mittwoch an die Kiosks und am Montag schon, wenn Sie ein Abo haben, in Ihrem Briefkasten. Und wenn Sie ganz eilig sind, dann eben schon am Freitag als E-Paper. Also schauen Sie einfach mal rein und schauen Sie vielleicht, wenn Sie möchten, auch zur Facebook-Sprechstunde am Mittwoch um 18 Uhr mit Markus Horndrich rein. Und vor allen Dingen, ganz wichtig noch zum Schluss, Live-Trading am kommenden Freitag hier bei uns beim DHF. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.